14 Uhr und hier ist MDR um 2, dazu herzlich willkommen. Wir berichten jetzt live und aktuell über die Themen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und wir beginnen in Thüringen, wo auf einer Straße bei Erfurt der Morgen für eine junge Autofahrerin im Schlamm endete. Der Fall hat deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. Im April vergangenen Jahres wurde im Leipziger Elsterflutbecken eine zerstückelte Frauenleiche entdeckt. Und bei der Toten handelt es sich um die Portugiesin Maria D. Trotz intensiver Fahndung blieb der grausame Fall rätselhaft. Und jetzt hat sich der mutmaßliche Mörder selbst der Polizei gestellt. Und dabei soll er den Beamten von einem weiteren Verbrechen berichtet haben. In Geringswalde in Mittelsachsen stehen seit Jahren Häuser in Flammen. Immer wieder scheint ein Unbekannter dort zu zündeln. Ein paar Monate war Ruhe und viele hatten gehofft, dass die Brand-Serie ein Ende hat. Aber vergeblich in der Nacht geriet nun erneut eine leerstehende Fabrikhalle in Brand. Vielen Dank, Peter Heller live in Geringswalde bei Rochlitz. Dankeschön. Sie sind seit sieben Wochen ohne Fahrstuhl, die Bewohner eines Hochhauses am Leipziger Georgiering. Und das bedeutet Treppensteigen. Das wäre auch nicht weiter schlimm, doch viele der Menschen sind im betagten Alter. Viele sind auf Gehhilfen angewiesen und können die Treppen gar nicht nutzen. Sie fühlen sich hilflos und alleingelassen. Unsere Reporterin Cornelia Hartmann verfolgt den Prozess in Erfurt. Offenbar war die Verhandlung nicht ganz so einfach, Cornelia. Cornelia Hartmann in Erfurt, Dankeschön. Die Sonnen strahlen wärmen schon. Morgen ist meteorologischer Frühlingsanfang und ein Hauch von Frühling schleißt sich ja wirklich schon ein. Und sobald die Natur erwacht und die ersten Frühblüher da sind, werden auch sie wieder aktiv, die Bienen. Nur bei Züchter Peter Graf in Egeln bei Magdeburg wird es in diesem Jahr ziemlich trostlos aussehen. Vandalen haben seine Bienenstöcke zerstört. Untertitelung des ZDF für funk, 2017